Inseln gibt es viele. Wie viele es genau sind, weiß niemand. Doch welche ist die schönste? Die bekannte und internationale Touristik-Website TripAdvisor hat die Bewertungen der User zusammengefasst und eine Top Ten erstellt. Und ich stelle Ihnen nun die zehn beliebtesten Inseln der Welt vor. Wir starten den Countdown mit der brasilianischen Inselgruppe Fernando de Noronha. Auf dem Aripil findet man einen der schönsten Strände der Welt, Baja dos Sancho. Die Felsformationen sind das Wahrzeichen der Inseln. Vom Atlantik geht es nun in den Südpazifik und damit zu Platz 9, Bora Bora. Die Hauptinsel von Französisch-Polynesien ist ein wahres Urlaubsparadies. Traumhafte Strände, Bungalows und eine bunte Unterwasserwelt. Allerdings nur für denjenigen, der das nötige Kleingeld hat. Wer dem europäischen Winter entfliehen möchte, ist auf der Insel Phuket, dem Platz 8, genau richtig. Die größte Insel Thailands bietet schöne Strände und tropische Dschungellandschaften. Sehr lohnenswert sind auch Ausflüge zu den kleinen Inseln, die Phuket umgeben, wie zum Beispiel Koh Phi Phi. Wir bleiben im Indischen Ozean. Auf Mauritius, dem Platz 7, gibt es unzählige Möglichkeiten für Wassersportfans. Aber auch Kulturinteressierte und Naturliebhaber kommen nicht zu kurz. Hier kann man sogar mit Riesenschildkröten auf Tuchfühlung gehen. Auf Platz 6 finden wir die Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca. Kein Wunder, denn die größte Baleareninsel bietet viel mehr als dem Ballermann. Schöne Strände, kleine Buchten, endlose Wanderwege, Kiefernwälder, Mandel- und Olivenhäine und romantische Fischerdörfer. Wir sind bei den Top 5 angelangt. Auf der indonesischen Insel Bali finden sowohl Erholungssuchende als auch Abenteurer ihr Urlaubsglück. Neben schneeweißen Stränden und tollen Tauchrevieren warten im Landesinneren dichte Regenwälder und verborgene Tempelanlagen. Ein kleines verstecktes Urlaubsparadies abseits des Massentourismus finden wir auf Platz 4. Die Providentialets, kurz Provo genannt, gehören zu den Turks- und Caicos-Inseln und liegen nördlich von Haiti. Auf Platz 3 ist der Geburtsort des Reggies, Jamaika. Neben der lebendigen Tanz- und Musikszene punktet die Karibikinsel mit wunderschönen langen Stränden, geschützten Buchten, felsigen Berglandschaften, Wasserfällen und Höhlen. Für den zweiten Platz geht es zurück nach Europa. Santorin, 100 Kilometer nördlich von Greta, findet man Griechenland in Bilderbuchoptik. Die Vulkaninsel ist neben den schwarzen und roten Stränden vor allem für atemberaubende Sonnenuntergänge bekannt. Und nun Trommelwirbel. Der Platz 1, die beliebteste Insel der Welt ist Maui, die zweitgrößte Insel Hawais. Neben imposanten Graterlandschaften gibt es hier tolle Surfreviere und über 80 wunderschöne Strände. Die beliebteste Insel der Welt ist allerdings nichts für einen Kurztrip. Die Anreise dauert nämlich mindestens 21 Stunden. Und das waren die Top 10, die beliebtesten Inseln der TripAdvisor-User. Ich wünsche schönes Fernweh.